Dann heiße ich Sie alle ganz herzlich willkommen zu unserem Webinar heute am 30.06. um 10 Uhr mit dem Thema Wolltelefonanlagen mit Microsoft Teams koppeln. Ich, das bin einmal der Sebastian Mattes von der Firma NetThings und bei mir ist heute der Rudolf Bartel von der Firma DenkIT und wir wollen Ihnen das Thema Kopplung von TK-Anlagen mit Microsoft Teams einfach nochmal ein bisschen genauer erklären. Das war jetzt bedingt durch die Corona-Pandemie und die ganzen Homeoffice-Situationen, die wir hatten, natürlich in aller Munde und wir wollen jetzt einfach nochmal einen kurzen Überblick darüber geben, wie man das Ganze denn auch in einem professionellen Rahmen mit einer Kopplung über Microsoft Teams aufziehen kann. Dazu würde ich sagen, springen wir einfach direkt mal in die Folien rein. Der Herr Bartel wird erstmal anfangen und die Firma DenkIT kurz vorstellen. Hallo, ich würde jetzt einmal die DenkIT vorstellen. Also DenkIT ist einmal regional und bundesweit vertreten mit Hauptstandort in großen Lüder. Wir sind da ein klassisches IT-Systemhaus seit dem Jahr 2000, haben da gerade unser neues Gebäude errichtet, wo unsere 50 Mitarbeiter und Platz finden. Wir haben da knapp 3000 Kunden im Bestand und sind unter anderem Microsoft Gold Partner, was der Grund ist, warum wir jetzt auch hier sind und mit der NetThings das Thema angehen. Wir haben dann einmal vier Punkte, in die wir uns so aufgliedern. Das ist natürlich einmal IT-Service und Support, also Bestandsaufnahmen, Inventarisierung, Troubleshooting und auch Schulungen und Webinare, die wir für unsere Kunden geben. Dann einmal IT-Workspace, also Einrichtung und Installation von Hardware und Software, Hardware-Beschaffung und Leasing, Antivirus und Spam-Schutz. Dann haben wir noch einmal die IT-Infrastruktur, also Storage-Server-Lösung, Datensicherung, Datensicherheit und Hochverfügbarkeit, eine E-Mail-Archivierungslösung, die wir anbieten, Firewall-Lösung, Virtualisierung und natürlich die Standortfinanzung per VPN. Dann bieten wir auch einmal das IT-Outsourcing an, also Cloud-Management-Services, IT-Housing und Hosting. Dann natürlich auch Hybrid-Cloud, Private-Cloud, Multi-Cloud, Public-Cloud und Managed Hard- und Software-Support & Security. Wir sitzen da mit unserem Rechenzentrum in Nürnberg, was natürlich ISO und PCI DSS zentifiziert ist. Dann wird jetzt einmal der Mattes die NetThings vorstellen. Genau. Kurz zur Firma NetThings, wer sie noch nicht kennt. Die Firma NetThings wurde 1996 gegründet und hat zunächst klassische Aufgaben von einem Internet- und Service-Provider übernommen. Mittlerweile sind wir aber ein bisschen gewachsen und haben rund 30 Mitarbeiter und untergliedern uns in vier verschiedene Bereiche. Da haben wir zunächst den Bereich Network, wo es komplett um DSL-Schaltungen oder Standortvernetzungen oder Konzeptionen von Standortvernetzungen geht und da auch wirklich standortübergreifende Vernetzungslösungen konzeptioniert werden. Dann haben wir den Bereich Voice-over-IP, in dem ich selber auch tätig bin. Hier haben wir eben alles von der klassischen TK-Anlage bis hin zum Endgerät oder sogar der Telefonanlage aus der Cloud und betreiben im Hintergrund auch ein eigenes Telefonienetz mit einer Kopplung an das öffentliche Telefonienetz, sodass wir hier SIP-Trunks zur Verfügung stellen können. Im Bereich IT-Management bieten wir Monitoring-Lösungen und haben auch eine eigens entwickelte CMDB namens DataGary, die wir vertreiben. Und im Bereich Web & Mail dreht sich alles um die digitale Kommunikation über E-Mail oder über Video-Server sowie um Domain-Verwaltung und Web-Hosting. Dann wollen wir ganz kurz auf die Agenda schauen, die wir uns heute aufgeschrieben haben. Zunächst einmal wird der Herr Bartel einen Einblick in Microsoft Teams geben und genauer erklären, was das überhaupt ist. So, dann fangen wir mal mit dem ersten Thema an. Was ist eigentlich Microsoft Teams? Also wir alle nutzen es jetzt schon, weil wir es jetzt hier in das Webinar geschafft haben. Ob jetzt mit Browser oder Desktop-App, das konnte man sich jetzt aussuchen. Natürlich eine Desktop-App ist es dann in vollem Umfang auch zu genießen, das Ganze. Teams ist von Microsoft die schnellst wachsende Business-App, ist die Weiterentwicklung von Skype for Business oder damals noch Lync. Und es nutzen schon 500.000 Unternehmen weltweit. Das gibt es auch in 44 Sprachen. Was sind die Funktionen? Also wir haben alles in einer Oberfläche. Also wir haben Chat, Meetings, Calls und die Telefonie natürlich, um die es dann heute hier geht. Also bei der Telefonie würde es so aussehen, dass wir von der Denk-IT die Microsoft-Lizenzen stellen, die im Office 365 dann angeknüpft sind und in Verbindung mit Teams dann quasi den NetThings-Telefonanschluss nutzen können, um dann wirklich auch weltweit telefonieren zu können. Und auch bestehende Telefonanlagen auch mit einbinden können. Da sind natürlich dann auch alle Anruffunktionen, die es klassisch gibt, können da genau in dieser einen App auch verwendet werden. Mit der Art von Kopplung kann man auch seinen Rufnummernblock behalten. Also man muss nicht auf irgendwelche anderen Nummern in einem anderen Bereich, also Frankfurt oder München sind das klassisch, bei Microsoft dann auch nutzen. Da sind natürlich dann auch in Teams alle Office-Apps integriert. Also man hat Outlook, Excel, PowerPoint, OneDrive direkt in der App. Das sehen wir dann auch gleich noch auf ein paar Bildern, wie das alles so ein bisschen aussieht für die Leute, die es jetzt noch nicht kennen. Aber ich denke, die meisten sind da mit dem Office 365 schon vertraut. Dann gehen wir mal weiter. So, hier haben wir einmal ein Bild, natürlich Fokus auf Telefonie heute. Also wie sieht denn die Anrufliste aus? Sie sehen es auch hier links oben. Man hat da den Activity-Log, den Chat, dann die Teams. Die Teams sind so aufgebaut wie eine Facebook-Seite. Und man kann da alles aus den Business-Apps reinposten, wie man das da so ein bisschen kennt. Und genau hier unten hat man auch direkt sieht man ein geile Number. Also das wäre quasi der Ziffernblock, den man einfach direkt in der App aufrufen kann und auch telefonieren kann. Dann haben wir hier zum Beispiel, so könnte eine Voicemail aussehen. Also die Voicemail, die werden auch direkt als Text wiedergegeben. Also man muss sich nicht unbedingt anhören. Das funktioniert in Englisch mittlerweile sehr gut. In Deutsch, da sind sie noch dran, dass dann wirklich der Text dann auch passt. Und dann kann man auch direkt nochmal weitergehen. Genau, hier haben wir es jetzt die Meetings-Funktion, so wie wir sie heute verwendet haben. Da kann man dann wirklich wie im Outlook, also es ist eigentlich so gesehen die gleiche Oberfläche, die ja in Teams eingebaut wurde. Und da kann man dann alle möglichen Leute einladen, so wie wir es jetzt hier gemacht haben. Und direkt dann auch ins Meeting starten. Auch mit Einwahlnummern ist das Ganze möglich. Dafür bräuchte man quasi eine Conferencing-Lizenz. Aber da gehen wir dann auch nochmal in den Lizenzierungspunkt ein. Was auch ganz nett ist, als Feature, so wie wir es jetzt haben, sieht man das ja auch hier jetzt genauso auf dem Bild. Unten sieht man, dass man auch direkt Screensharen kann. Also entweder in verschiedenen Monitoren oder auch wirklich nur das Fenster sharen kann. Man kann auch PowerPoint-Präsentationen direkt in das Teams reinladen, sodass man quasi auch gemeinsam präsentieren kann. Also man kann dann Steuerung übergeben. Man kann auch gemeinsam Dokumente bearbeiten, dass man wirklich live sieht, was macht der andere da. Und das direkt in einem Call zusammen. Also dass man auch wirklich vielleicht dem einen oder anderen mal eine Excel-Tabelle zeigen kann, ohne dann jetzt groß irgendwie eine Team-Führer-Session oder sonstiges aufzumachen. Dass man halt wirklich alles in einer App hat, in einem Programm. So, dann gehen wir dann direkt mal, wie wird das eigentlich gekoppelt? Das wird jetzt der Herr Mattes dann auch einmal vorstellen. Genau. Jetzt haben wir ja gehört, dass das Teams selber schon viele Funktionen mit sich bietet. Da stellt sich natürlich die Frage, warum sollte ich mein Microsoft Teams denn überhaupt noch koppeln? Koppeln bedeutet in dem Zusammenhang einfach, dass wir eine Verbindung zwischen dem Microsoft Teams und dem öffentlichen Telefonienetz herstellen. Was das Teams eben so nativ erstmal nicht kann. Das bedeutet, wir brauchen hier eben eine zusätzliche Lösung, um diese Telefonie-Funktion von Microsoft Teams in das öffentliche Netz herzustellen. Und wie der Herr Bartel eben auch schon erwähnt hat, haben wir da dann natürlich auch die Möglichkeit, Ihre bereits vorhandenen Rufnummern mit in das Microsoft Teams zu integrieren und mit zu übernehmen. Außerdem haben wir natürlich die Möglichkeit, durch den Einsatz von einem SIP-Frunk, zum Beispiel von der Firma NetThings, einfach diese neue Technologie zu nutzen und einzusetzen und hier auch eine deutliche Kostenersparnis gegenüber herkömmlichen Sachen, wie zum Beispiel einem Primär-Multiplex-Anschluss, der vielleicht monatliche laufende Kosten verursacht, zu erzeugen. Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, wie ich mein Microsoft Teams koppeln kann. Zunächst einmal kann ich natürlich die Kopplung ohne Telefonanlage vornehmen. Das bedeutet, ich habe hier auf der einen Seite meinen Session-Border-Controller, auf den wir später auch nochmal eingehen werden, der meine Verbindung in das öffentliche Telefonienetz herstellt. Und auf der anderen Seite habe ich dann natürlich meine Microsoft Teams Komponente, wo hier dann einfach die Verbindung geschaffen wird vom Session-Border-Controller zum Microsoft Teams. Das bedeutet, ich habe einmal eine direkte Kopplung zwischen dem SBC und dem Microsoft Teams und habe aber dadurch auch nur die Telefonie-Möglichkeiten, die das Teams selber mit sich bringt, zur Verfügung. Die zweite Variante, die wir haben, ist das Ganze mit Telefonanlage zu koppeln. Das bedeutet, ich habe zum Beispiel schon meine Telefonanlage im Unternehmen, wo ich zum Beispiel meine Telefonie-Endgeräte angeschlossen habe oder auch mal ein CTI-Client oder ein Softphone. Und da hängt zum Beispiel dann auch mein SIP-Trunk oder mein ISDN-Anschluss drauf und habe jetzt auf der anderen Seite mein Microsoft Teams und möchte die beiden jetzt irgendwie miteinander verheiraten. Dazu setze ich abermals auf diese SBC-Lösung, die wir später erläutern werden und stelle hier eben eine Verbindung her zwischen Microsoft Teams und meiner herkömmlichen TK-Anlage. Das bedeutet, ich kann auch bereits existierende Ressourcen aufbauen und diese weiterhin nutzen und mit meinem Microsoft Teams in Verbindung bringen. Wir stellen also eine direkte Verbindung von meinem TK-Nutzer zu unserem Microsoft Teams Nutzer her. Das bedeutet, vielleicht ganz plastisch einfach mal dargestellt, ich habe die Susi Mustermann, die im Sekretariat mit der Nummer 300 sitzt und die will dem Frank Mustermann aus der Produktion unten Bescheid sagen. Da kann die den Frank von dem Telefon direkt in seinem Microsoft Teams anrufen. Und natürlich habe ich auch mit einer TK-Anlage die Möglichkeit, analoge Endgeräte anzubinden. Das sind klassischerweise Geräte wie ein Faxgerät, was vielleicht noch in der Firma rumsteht oder auch eine Türsprechstelle, die vielleicht benötigt wird, um die Türen zu öffnen, wenn jemand davor steht und rein möchte. Ich habe durch den Einsatz von der TK-Anlage die Möglichkeit, meine vorhandenen Callflows, die bereits im Unternehmen existieren, mit dem Microsoft Teams in Verbindung zu bringen, diese quasi mit zu übernehmen und vielleicht durch eine Kopplung mit Microsoft Teams weiter auszubauen und hier einfach eine Verschmelzung vorzunehmen. Ich kann mit einer eigenen Anlage natürlich auch viel komplexere Ablaufpläne abbilden, als das vielleicht das Microsoft Teams kann. Das heißt, ich kann verschiedene IVR-Menüs definieren oder Überläufe oder andere Sachen ansprechen oder selbst externe Systeme irgendwie noch mit ins Spiel bringen. Das heißt, hier haben wir einfach vielfältigere Möglichkeiten durch den Einsatz von einer dedizierten TK-Anlage. Und als letzten Punkt habe ich noch die Ausfallsicherheit. Natürlich ist eine TK-Anlage, die bei Ihnen im Unternehmen vor Ort steht, sicherer gegen Internetausfälle geschützt, sodass wir zumindest auf jeden Fall die interne Telefonie noch sichergestellt haben. Und da sogar noch über redundante Internetverbindungen oder ein GSM-Gateway, was zum Beispiel eine Verbindung ins Mobilfunknetz aufbaut, hier nochmal eine zweite Backup-Leitung für die Telefonie bereitstellen können, sodass wir im Ausfall auf jeden Fall nochmal eine Sicherheit schaffen. Jetzt habe ich viel über einen Session Border Controller erzählt. Jetzt möchte ich erst mal kurz darauf eingehen, was das denn genau ist. Also ein Session Border Controller ist das zentrale Voice Gateway in Ihrem eigenen Netzwerk, was dann wiederum den Traffic nach außen in das große Internet, in die große weite Welt regelt. Das bedeutet, wir haben hier eine Brücke, die direkt am Netzwerk sitzt und eine externe Verbindung aufbaut und eine interne Verbindung bereitstellt. Das Problem, was sich hier halt häufig ergibt, ist Voice-over-IP-Traffic, der durch eine Firewall geleitet wird, leidet manchmal unter Gesprächsabbrüchen oder auch unter Qualitätsverlusten, weil hier eben jeder Hersteller verschiedene Mechanismen implementiert und es leider keine einheitliche Lösung gibt, um das Ganze so ein bisschen zu überdachen. Und dazu haben wir eben einen Session Border Controller als zentrales Element im Netzwerk, was wirklich eine dedizierte Voice-over-IP-Lösung ist und was dann auch in der Lage ist, den normalen Internet-Traffic von unserem Voice-over-IP-Traffic zu trennen, dadurch, dass hier einfach verschiedene Geräte angesprochen werden. Das Ganze sieht man auch nochmal veranschaulicht hier rechts in dem Bild. Das heißt, wir haben auf der einen Seite unser Telefon, was über Voice-over-IP kommuniziert und wirklich über unseren Session Border Controller eine Verbindung ins Internet aufbaut und auf der anderen Seite haben wir unseren ganz normalen Client-PC oder auch ein Notebook oder was auch immer für ein Gerät, was dann ganz herkömmlich über die Firewall geht und sich dort drüber verbindet. Außerdem bietet ein Session Border Controller Sicherheitsmechanismen, die man mit einer Firewall gleichsetzen kann. Das bedeutet, wir haben hier einfach verschiedene Mechanismen, die wir zum Beispiel einsetzen können, wenn Hacking-Versuche erkannt werden, so dass wir hier eine Fraud-Detection oder auch eine Intrusion-Detection haben und dort eben wirklich, wenn gezielt, bösartige Angriffe aus dem Internet erfolgen, das Ganze eben blacklisten können und hier wirklich gezielt einzelne IP-Adressen für definierte Zeiträume sperren können. Der Session Border Controller, wie wir ihn von NetThings einsetzen, kommt von der Firma Audio Codes. Vielleicht kurz zum Unternehmen Audio Codes. Das wurde 1993 in Israel gegründet und hat mittlerweile über 700 Mitarbeiter und ist weltweit tätig. Audio Codes ist bereits im Jahre 2003 eine Partnerschaft mit Microsoft eingegangen und besitzt auch seit 2008 den Microsoft Gold Certified Partner Status. Das bedeutet, dass sämtliche Audio Codes-Produkte zum Einsatz mit Microsoft Teams lizenziert sind und auch zertifiziert sind und eben auch demzufolge mit Microsoft Teams nutzbar sind. Wir bieten die Session Border Controller Installation von Audio Codes einmal als On-Premise-Variante wie auch als Hosted-Installation an, aber darauf gehe ich jetzt noch mal im Lizenzierungsmodell genauer ein. Jetzt habe ich gesagt, dass wir das einmal als Hosted-Variante anbieten können. Das sehen wir hier. Da haben wir die Kombination mit unserem NetThings SIP-Trunk, ganz klassisch, und haben eben zusammen in Kooperation mit der Denk-IT, die dann die Microsoft Teams Komponente stellt, ein Rundum-Sorglos-Paket, was wir da anbieten können, sodass die komplette Telefonie bei uns bei der Firma NetThings beherbergt ist und die komplette Microsoft Teams Installation und die Verwaltung eben bei der Firma Denk-IT liegt. Wir haben also hier auch eine sekundengenauere Abrechnung, die wir mit unserem SIP-Trunk abbilden können, oder auch die bekannten Flatrate-Tarife, wenn Sie die anbieten, wenn Sie die möchten, die können wir Ihnen auch anbieten. Und die Anzahl der Sprachkanäle können wir natürlich ganz individuell nach Ihren Bedürfnissen richten. Die zweite Seite ist die On-Premise-Installation. Das bedeutet, wir haben hier ein virtuelles Image, was wir in Ihrer Virtualisierungsumgebung zur Verfügung stellen können, oder falls Sie noch Hardware benötigen, kann Ihnen die Denk-IT da sicherlich auch noch helfen und den einen oder anderen Server verkaufen. Wir haben hier eben eine einmalige Einrichtungsgebühr und dann auch entsprechend Session-Lizenzen, die sich da nach der Anzahl der Sprachkanäle richten. Unterschied ist hierbei natürlich, dass das Ganze dann nicht in der Cloud bei uns gehostet ist, sondern wirklich direkt bei Ihnen vor Ort in der Virtualisierungsumgebung steht. Und dann wird der Herr Bartel jetzt noch mal kurz auf die Microsoft Teams-Lizenzierung eingehen und das erläutern. Wie wird eigentlich Microsoft Teams lizenziert? Also zuerst ist es eine reine Cloud-Lösung an Office 365 gekoppelt. Man lizenziert immer pro User. Und was jetzt natürlich aktuell ist, durch Corona hat Microsoft Teams für Unternehmen für sechs Monate gratis gemacht. Also man kann jetzt noch bis Januar gratis testen, das reine Teams. Da ist dann natürlich die Telefonie nicht möglich, weil dafür braucht man quasi ein komplettes Office 365 eingerichtetes Konto. Aber wer langsam vielleicht mal sich rantasten möchte, überhaupt Teams zu verwenden, wie funktioniert das? Und vielleicht auch den internen Chat und auch die Telefonie verwenden möchte, für den ist es eigentlich das Richtige. Das kann man dann gemeinsam einrichten und sich dann auch angucken. Dann gibt es natürlich auch eine 30-tägige Testversion in vollem Umfang. Das wäre quasi der Enterprise Plan E5. Da ist wirklich alles enthalten und da kann man dann quasi auch schon die Telefonie dran koppeln. Wie das dann mit der Einrichtung und auch den Kosten aussieht, da kommen wir auch später nochmal dazu. Ansonsten ist es ganz einfach eigentlich als Add-on zu bestehenden Lizenzen. Ich habe hier unten dann auch einmal die Lizenzen, die als aktuell da einmal die Business Lizenzen, also Basic, Standard, Premium. Früher hießen die ein bisschen anders. Habe ich extra nochmal zugeschrieben, weil bei den meisten und auch bei mir eigentlich noch die alten Namen so ein bisschen verankert sind. Dann gibt es natürlich die Enterprise Pläne. Bei den Business Lizenzen ist es so, dass quasi das Add-on einfach Business Voice heißt. Da steht auch immer, das kennt man von Microsoft-Zeiten, No Calling Plan dahinter. Das bedeutet einfach, dass da quasi kein Guthaben dabei ist. Denn wenn man es quasi direkt von Microsoft die Telefonie koppelt, muss man immer mit Guthaben arbeiten, was man immer wieder auflädt, dass keine Flat Rate möglich. Das Enterprise Add-on ist quasi das Telefonanlagen-Add-on. Da wird dann auch wirklich alles gehandhabt, wie bei der ganz normale Telefonanlage. Und ja, kommen wir mal zu unserem Beispiel. Ein bisschen Standard, weil das ist eigentlich das meistverwendetste. Was ist da überhaupt alles enthalten? Also habe ich da jetzt dann nur Teams? Habe ich nur die Telefonie für den Preis, den wir dann gleich noch auflisten? Nein, wir haben dann wirklich die kompletten Desktop-Anwendungen enthalten, also wirklich Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, was man alles kennt. Wir haben auch eine komplette E-Mail-Hosting-Lizenz quasi und auch eine Lösung da mit einem 50 Gigabyte Postfach und eigenen E-Mail-Adressen, den Domain, die dort eingebunden werden können. Das sollte eigentlich, denke ich, für jeden hier mittlerweile schon ein Begriff sein. Also das komplette Cloud-Mail-Lösung, die da von Microsoft direkt mit in der Lizenz eingebaut ist. Also man braucht auch vor Ort keinen Mail-Server mehr. Natürlich ist Microsoft Teams mit dabei und dazu noch ein Terabyte OneDrive Cloud-Speicher pro Nutzer, wo man einfach Dateien freigeben und speichern kann mit. Eine Lizenz umfasst vollständig alle Office-Anwendungen und kann bis zu 15 Geräten pro User dann verwendet werden. Also dann einfach fünf Smartphones, fünf Tablets, fünf PCs oder Macs und das hat alles in dem einen Preis. Also wenn man das so koppelt, hat man quasi von NetSense und Lenk-IT ein Komplettpaket für Microsoft-Lizenzen und Telefonie dann aus einer Hand. Und jetzt kommen wir dann zum Rechenbeispiel. Genau. Wir haben das Ganze, weil wir jetzt viel theoretischen Input geliefert haben, einfach nochmal ganz praktisch an einem Beispiel festgemacht. Wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben eine vorhandene TK-Anlage im Unternehmen und haben dazu jetzt 100 MS-Teams-User, die neu hinzukommen. Das bedeutet, wir haben jetzt diese Kopplung, die ich eben schon erwähnt habe, mit dem Microsoft Teams über den NetThings SPC. Was haben wir jetzt dafür Kosten, die anfallen? Wir haben zunächst mal natürlich den Zip-Trunk. Wir gehen jetzt in dem Beispiel mal von zehn Sprachkanälen aus. Da haben wir monatliche Kosten, die belaufen sich auf 10 Euro. Damit sind wir bei einem Euro pro Sprachkanal. Und natürlich brauchen wir auch den Hosted SPC, den zertifizierten mit den zehn Sessions, eben korrespondierend zu diesen zehn Sprachkanälen, auch zehn Sessions auf dem Session Border Controller, wo man mit monatlichen Kosten von 59 Euro sind. Und wir haben eine einmalige Einrichtungsgebühr von 150 Euro für diese Installation des Session Border Controllers. Das heißt, wir haben unterm Strich für die gesamten Telefoniekosten, die anfallen, 69 Euro im Monat und eben die einmalige Einrichtungsgebühr von 150 Euro. Und dann haben wir eben noch eine Microsoft Teams Komponente. Darauf wird der Herr Bartel jetzt nochmal näher eingehen und dazu was erzählen. Wir haben hier einmal das Microsoft Teams, also beziehungsweise das Business Standard mit der Business Voice. Das sind rund 20 Euro pro User. Dann haben wir natürlich quasi das auf 100 Leute jetzt hochgerechnet. Dann sind es natürlich 2000 Euro. Bei den einmaligen Kosten, also bei den Dienstleistungskosten, es variiert stark, je nachdem, was dort umgesetzt werden muss. Also habe ich dann eine bestehende Office 365 Infrastruktur, habe ich eine grüne Wiese, muss dann wirklich alles neu eingerichtet werden. Natürlich dann auch die ganzen Exchange Funktionalitäten, muss bei jedem User wirklich auch noch das Office Paket und das Teams installiert werden. Gibt es vor Ort einen IT Admin, der uns da vielleicht unterstützen kann und wir das gemeinsam mit dem IT Admin einrichten und dann auch quasi nochmal einen Workshop machen, wie das Ganze dann administriert wird und auch gehandhabt wird. Also das sind so die Punkte, an denen man das so abmisst. Aber das kann man natürlich dann ganz einfach besprechen, einfach mit einem kurzen Telefonat, wie sieht es aus und da können wir dann auch ganz schnell ein schönes Angebot stellen. Genau. Das heißt einfach nochmal, um das Ganze zusammenzufassen, wir haben eben gesamte Telefoniekosten von monatlich 69 Euro plus die 150 Euro Einrichtungsgebühr für die MS Teams Kopplung und auf der Microsoft Teams Seite, wenn noch keine Lizenzen vorhanden sind, eben diese 2000 Euro monatlich plus den variablen Anteil für die Installation und Einrichtung. So, dass wir insgesamt bei 2069 Euro im Monat für die laufenden Kosten sind und eben diesen variablen Anteil 150 Euro plus X an Einmalkosten, die anfallen. Das heißt, abschließend lässt sich vielleicht sagen, dass viele Unternehmen bereits Microsoft Teams nutzen, nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie, die gerade ihren Umzug hält, ist es immer mehr ein Thema, wirklich von überall aus mobil zu arbeiten und das Ganze zu vereinheitlichen. Und wir können auch sagen, dass die Verbindung mit der TK-Anlage absolut sinnvoll ist, weil wir hier eben die Möglichkeit haben, unsere vorhandenen Rufnummern mitzunehmen und weiterhin mit Microsoft Teams zu nutzen und eben auch die Möglichkeit haben, diese Kopplung von verschiedenen Geräten einfach anzusprechen. Und natürlich brauchen wir das Ganze einen zertifizierten SBC. Das lässt Microsoft auch gar nicht anders zu. Und da haben wir eben hier unsere zertifizierte Audio-Codes-Lösung, die wir da einsetzen können. Die Umstellung ist natürlich schrittweise möglich. Also man muss nicht direkt die ganze vorhandene IT umkrempeln, um jetzt die Telefonie über Teams abzubilden. Man kann auch wirklich, wie ich vorhin schon gesagt habe, langsam erst mal mit Teams einsteigen, sich das Ganze angucken und dann wirklich sehen, ist das was für uns? Ist das mit der Telefonie da drin was für uns? Das ist natürlich jetzt, wo alle Homeoffice schnell machen wollten, ist natürlich ein Punkt, dass das dann schnell gemacht wurde. Aber jetzt wollten wir es vielleicht einfach mal richtig umsetzen, haben das vielleicht auch schon kennengelernt. und da können wir natürlich als Ansprechpartner entweder die NetThings oder die Denk-IT dann gemeinsam helfen, um das dann wirklich auch in Zukunft, die ganzen Probleme, die da entstehen können, zu vermeiden. So, jetzt haben wir dann gleich noch unsere Fragen und Antworten. anscheinend war unser Webinar so gut, dass es überhaupt keine Fragen gibt, aber gerne könnte jetzt noch Fragen gestellt werden, dann einfach in den Chat und wir gehen darauf ein. Gut, es gibt sonst noch irgendwelche Anmerkungen? Dann auch gerne in den Chat. Wir können vielleicht mal eine Frage, die immer häufig aufkommt, aufgreifen. Da habe ich jetzt mal als Frage, was immer wieder gestellt wird, auch weil ich es vorhin vorgestellt habe, welche Variante vom SBC würden wir denn empfehlen? Weil wir gesehen haben, es gibt zwei verschiedene Modelle und da ist unsere Empfehlung ganz klar, die Variante aus der Cloud zu nehmen, weil man hier einfach den Vorteil hat, dass man alles aus einer Hand bedient. Also die Firma NetThings selber stellt den SBC und wir administrieren den auch und wir haben dann quasi die Hoheit, sodass wir dann letzten Endes auch diese Installation betreuen und für Sie die Einrichtung übernehmen. Das heißt, Sie müssen sich dann einfach um nichts kümmern und können da ganz entspannt Ihre Telefonie weiterhin wie gehabt nutzen und sich auch der Vorteil, die das Microsoft Teams mit sich bringt, erfreuen. So, jetzt habe ich hier noch zwei Fragen bekommen. Ja, wie sieht es mit der zentralen mobilen Kontaktliste für Handy und Microsoft 365 Business Voice aus? Ja, das ist möglich. Das ist genauso, wie man es im Outlook-Kontakten kennt. Da kann man sich alle, also jetzt auch schon dann synchronisieren, automatisch in das Teams auch reinladen. Also das wird auch direkt abgebildet. Das ist komplett zum Office 365 verknüpft und man hat auch Zugriff auf die gleiche Kontaktliste für Handy mit der Teams App dann auch auf dem Handy und auch so lokal. Wo liegen die Daten bei MS Teams? Also seit letztem Jahr September hat Deutschland auch die ganzen Microsoft-Server erhalten. Die komplette Office 365 Datenspeicherung ist da auch in Deutschland. Es gibt partiell manche Features, die noch nicht in Deutschland liegen. Das sind dann aber auch die Streaming-Features zum Beispiel, wo die Daten dann in der Europa-Cloud quasi gespeichert werden, wo die Server dann zum größten Teil in Holland stehen. Jetzt haben wir hier noch, das wäre was für dich. Da haben wir noch die Frage, wird der SPC Cloud mittels VPN angebunden? Also wir können einmal die Anbindung über VPN realisieren, aber der SPC in der Cloud hat auch eine externe öffentliche IP-Adresse, gegen die sich die SIP-Clients oder die Telefone dann letzten Endes auch registrieren können, wo das dann an Microsoft Teams weitergegeben wird. Wir haben ja auch die Möglichkeit, verschlüsselte SIP-Protokolle einzusetzen, sodass wir wirklich sagen können, dass wir hier auch über das Internet bequem eine sichere Verbindung herstellen können. Haben wir als nächste Frage noch, was kostet die On-Premise-SPC inklusive Einrichtung? Das richtet sich eben auch so ein bisschen nach dem Feature-Umfang. Also man kann hier sagen, dass die Lizenzen je nach Anzahl der Sessions natürlich sich aufbauen und staffeln. Wir haben eine Staffelung von Fünfer-Schritten bei den Audio-Codes-Lizenzen. Das heißt, wir können auch erst mal mit wenigen Leuten starten und die Einrichtung beläuft sich, wie gesagt, je nach Aufwand auf ein bis zwei Manntage. Können die Daten in Microsoft Teams auch verschlüsselt werden? Also die Daten, die dort vorhanden sind, die werden automatisch von Microsoft in Rechenzentren verschlüsselt. Da gelten auch alle höchsten zertifizierten Standards und die liegen da auch dort in der Cloud. Also man kann sich das nicht dann quasi irgendwie nochmal On-Premise auf die eigenen Server ziehen und dann nochmal verschlüsseln. Die liegen da bei Microsoft. Aber da auch gerne nochmal auf mich zukommen, wenn da wirklich noch mehr Infos gefragt werden, dann kann ich da auch noch ein paar Blätter dazu rausschicken oder einfach ganz kurz telefonieren. Dann könnte man das auch nochmal komplett zusammen durchgehen. Genauso auch hier. Teams Mobile und die synchronisierte Kontaktliste funktioniert nicht, aber da können wir auch dann direkt gerne nochmal telefonieren. Da stehen wir sowieso eigentlich in regen Kontakt. Da können wir gerne auch nochmal drüber sprechen. Und hier. Genau, dann haben wir hier noch eine Frage zum Audio-Code-Session Border Controller. Wir haben bereits einen Audio-Code-SPC On-Premise. Benötigen wir dann noch einen zweiten? Das hängt eben davon ab, was dieser Audio-Code-SPC On-Premise gerade macht, was der für eine Funktion bietet. Grundsätzlich ist es natürlich erstmal möglich, die MS Teams-Kopplung auch über einen Audio-Code-SPC, der bereits existiert, abzubilden. Aber da müsste man, wie gesagt, auch nochmal im Detail drauf eingehen, was da gerade die Funktionalitäten sind. Aber, wie gesagt, es ist prinzipiell möglich, das alles über einen SPC laufen zu lassen. Wenn man über Teams nach extern anruft, werden dann auch die eigenen Nummern der TK-Anlage angezeigt nach außen? Ja, also das kann man eigentlich einstellen, ob man quasi jetzt seine Nummer versteckt oder ob man nur quasi, also bei uns ist es so, wenn wir raus anrufen, dann wird quasi immer unsere Vertriebsdurchwahl, also bei mir jetzt angezeigt, also die 50 meint nicht meine Durchwahl. Das kann ich aber auch wie in einer ganz normalen Telefonanlage alles einstellen. Man kann auch, wenn man von außen anruft, direkt auf die Durchwahl, kann man das am PC oder am Handy klingeln lassen gleichzeitig. Also das ist da wirklich wie bei jedem TK-Anlage komplett möglich in den Teams. Da haben wir noch eine Frage. Ist die Anbindung zu unserer CM-Datenbank möglich beziehungsweise die anderen? Das ist... Also mit Dynamics ist eine Anbindung möglich. Man kann auch noch in Teams mehrere Apps einbinden. Da gibt es dann aber auch einen eigenen Programmieranteil, den man dann wirklich dann nochmal abklären müsste, inwieweit das Dynamics und das CRM eingebunden werden soll. Aber man kann auch wirklich da die komplette CRM-Kontaktliste in das Teams ziehen und auch da darstellen. Das ist auf jeden Fall möglich. Also man hat auch quasi in Teams eine Auswahl links, wenn jetzt auch die App verwendet wird. Und da kann man dann wirklich noch sich die ganzen Reiter, also hier wurden jetzt quasi nur die Teams, die Kalender, die Dateien und die Calls angezeigt bei mir im Schaubild. Aber da kann man dann quasi noch einmal sich alle Apps hinzufügen und auch wirklich auch Dynamics einbinden. Also das ist da... Deswegen hat Microsoft das gemacht, dass wirklich die Schnittstelle dann allübergreifend ist. Genau. Hätten wir sonst noch eine Frage? Wenn wir soweit durch sind, dann würde ich sagen, haben wir den Zeitrahmen auch ganz gut eingehalten. Haben ein paar Minuten überzogen, aber das ist ja nicht schlimm. Dann würde ich sagen, beenden wir das Webinar jetzt an der Stelle. Wenn Sie trotzdem noch Fragen haben oder hinterher noch welche aufkommen, können Sie sich natürlich jederzeit gerne an mich oder den Herrn Bartel oder auch jeden anderen von der Firma DenkIT oder NetThings wenden und diese Fragen an uns richten. Und wir werden sie dann umgehend beantworten. Gut, dann wie gesagt, noch mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit und bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020